es ist ein kurzes informationsvideo wollte schon bescheid sagen es tut mir leid wegen den lex von rainbow six ich weiß nicht woanders lag ich habe spiel ist gelöscht und wieder gedauert und hofft mal dass es jetzt besser ist für donnerstag habe ich es nur dieses kleine informationsvideo und das nächste video werdet ihr dann in zwei wochen am montag wieder sehen also irgendwann in zwei wochen keine ahnung hoffe trotzdem dass es euch trotzdem gefallen hat natürlich versuche ich jetzt zum beispiel auch auf der pc aufzunehmen dass die videos flüssiger werden und 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 ja wir sehen uns mal im nächsten video